ja hallo herzlich willkommen zurück zu einem weiteren youtube video auf meinem kanal wir sind im let's play von the elder scrolls blades und wir sind zurück in der stadt von unserer mission haben wir schatztruhen erhalten und öffnen die mal zuerst mal die holztruhe öffnen wir haben hier drinnen kohle wie immer und glühstaub und holz ist in ordnung die silvertruhe macht man auch auf dauert eine stunde lassen wir gleich mal im hintergrund laufen sehr gut sehr gut läuft so ist inzwischen unsere schmiede bereits auf level 2 wir haben die ja letztens wo ist sie abgetatet quasi auf level 2 gebracht und jetzt die wird noch gebaut eine minute noch dann ist sie fertig sehr gut interessant was daran wirklich zu machen ist vielleicht kann uns ein bisschen was besseres schmieden lassen wir haben ja nicht wirklich besondere waffen und so weiter wir haben hier doch die main quest das ist die königin von blutfall da traue ich mich noch nicht drüber bin ich schon ein paar mal gescheitert beim glühstaub lauf traue ich mich sogar nicht drüber ich hätte gesagt wir machen inzwischen noch eine quest machen wir mal das unheil das unheil erreichte schwindende höhlen was auch immer besiege sechs banditen banditen ist gut die sind empfindlich gegen gift ganz genau die werden wir als erstes versuchen immer zu vergiften dann eine drüber geben dann sollten wir die banditen eigentlich in den griff kriegen ihr seht schon oben stufe 10 unterwegs richtung stufe 11 sind wir so in etwa zwei drittel bereich drinnen das heißt wir haben nicht mehr allzu lange quest die quest umgebung hier kennen wir schon das haben auch letzten schon gehabt den start wiederholt sich anscheinend immer wieder das level design und hier sind wir auch schon beim skelett skelett wissen wir gift nö gift bringt nichts feuer feuer bringt was beim skelett und jetzt was wir noch probieren kälte hat jetzt nicht die welt gebracht der schlag war mir gut der schlag war sehr gut und der kombo war auch gut also hat gut funktioniert vielleicht kälte wo kommst du her gift junge du kriegst von mir ich weiß nicht wie ist gift ja man zieht ihn schön runter und das ist es auch schon gewesen sehr gut den ersten haben wir keine gesundheit verloren und wir gehen gleich weiter schon der nächste die nächste gibt und dann noch eine drüber und noch ein so drüber und das war's jawohl läuft mit dem banditen für immer auch fast kein leben der nächste mit feuer bei dir wo vorher ist auch gut gegangen und noch so eine ja banditen sind relativ einfach relativ easy zu meistern muss ich sagen mit den skeletten habe ich nicht so was ist da drinnen ein kalkstein kalksteine habe ich gerne die brauche ich zum bauen etwas zu essen was man gar nicht so wirklich brauchen weil wir volle gesundheit haben wir bis jetzt nichts abbekommen da war gar nichts drin so da war nichts da ist der nächste okay das ist auch gut gelaufen jetzt also entweder ist der schwierigkeitsgrad jetzt hier geringer oder aber wir haben jetzt ein bisschen unsere kampftaktik ein bisschen besser im griff war es auch nicht es läuft ein bisschen besser als vorher wir sind wir nicht hier gekommen was ist denn jetzt geht davon selbst naja da haben wir gedacht wir sind von hier gekommen und in die falsche richtung gewandert aber da geht es weiter also mir hilft diese diese blaue hilfslinie schon wo es hingeht wie ihr seht ich bin da jemand der sich sehr gerne verläuft da ist gar nicht viel zum verlaufen aber trotzdem so feuer das und das ja das war gut das war gut das ist ein feuer und das nicht reichen für dich ja es läuft hier eindeutig besser ich glaube der schwierigkeitsgrad ist natürlich auch geringer oder aber ich kämpfe wie ein berserker momentan das ist noch das und noch feuerchen danach du schaust nur ob ich schon fort und weg vom fenster eine noch dann haben wir die quest abgeschlossen ich glaube wir haben nicht mehr allzu viel schaden genommen hier sind skelett da ist was drinnen ein kalksteinchen und hier vorne müsste irgendwo der letzte sein da ist der letzte gegner den machen wir ruckzuck ein bandit kriegst ein gift kriegst noch eine mit und noch ein mit und das war's ja das ist gut gelaufen abgeschlossen das war easy cheesy das läuft abschließen wir sind jetzt schon von der stufe her wirklich weiter gekommen kurz vor stufe 11 und ich hätte gesagt was haben wir jetzt von der zeit her sieben minuten na da machen wir gleich noch eine quest werfen noch eine dazu wenn es schon so gut läuft schauen wir mal ob wir noch was unterbringen bevor wir die quest machen schauen wir nach was unsere schmiede jetzt wirklich bringt ich merke mir nie irgendwas die schmiede schaut jetzt so komisch aus aha okay die ist jetzt da jetzt ist sie fertig schmiede stufe 2 fertiggestellt neue waffen und rüstungen herstellbar ja bitte kohle habe ich ja land herstellen mach mir bitte was gescheites ich habe 24.000 kohle ich brauche eine gute waffe für eine hand nee nee der kriegshammer was ist mit dem kriegshammer ist das ein zweihänder schlagwaffe furchterregend gewöhnliche schwere schlagwaffe ist das ein zweihänder oder ist das ein einhänder das sollte ich jetzt wissen wo sehe ich das zum beispiel ist die axt hier sicher ein zweihänder oder wie sehe ich das ob das vielseitige waffe spaltwaffe auch wie sehe ich das der dolch ist sicher ein einhänder ja klar ok mein stahl streitkolben stahl 2 da steht die zweihänder ok wisst ihr was ich kaufe mir jetzt hier ich kaufe mir jetzt hier diesen hammer ich lasse den herstellen ah da brauche ich wirklich eisenbahnen und alles dazu gell der hat mehr schaden auf jeden fall was ist denn das dps ich nehme ihn mal ah dauert 25 minuten ok dann schauen wir gleich mal nach rüstung hey schmuck ach schmuck ist gesperrt schare stahlhelm jetzt sollte ich wissen aber oben kann ich aussuchen leder eisen oder pelz oder alle silber habe ich nicht stahl ok verstehe stahlrüstung stahlschild 90 meins hat glaube ich über 100 und die stiefel haben 31 was haben meine stiefel eigentlich muss ich jetzt mal nachsehen tun kann ich jetzt sicher nicht öffnen oder dass die zeit sicher noch nicht abgelaufen lassen wir noch quest brauche ich jetzt auch nicht schau mal charakter charakter ausrüstung so wir haben den stahl streitkolben ok das schild hat 45 und die rüstung hat 101 kapuze 39 21 22 merke ich mir eh nicht aber ich weiß es schon mal er schmiedet schon mal meinen hammer super herstellen rüstung 44 ich glaube der helm wäre besser oder der klassische stahlhelm sieht ja cool aus oder ich nehme den erstellen ach so kann ich jetzt noch nicht weil er ja mein hammer noch in arbeit ist gut dann lassen wir den hammer fertig machen dauert 23 minuten ich hätte gesagt wir gehen hier raus brav machst du das wir gehen hier in die quests hinein und schauen mal was du für uns hast herausforderungen abgeschlossen besiegene gegner bei aufträgen 400 hermeta kohle gut und jetzt haben wir ähm hier die quests wir versuchen jetzt mal die stufe 3 hier von 5 fliehe aus den schwindenden höhlen die zeuchling ausgabe was ist denn da los rette zwei stadtbewohner warnung gegner in dieser quest verwenden giftangriffe und sind giftresistent denke daran wenn du deine ausrüstung zusammenstellst okay das heißt wir können unseren giftzauber hier getrost wegstecken da machen wir jetzt mal was charakter wir gehen jetzt da auf unsere äh fertigkeiten das sind die attribute da wollte ich nicht hin ich wollte in die fertigkeiten wir nehmen hier die giftwolke weg ablegen und dafür nehmen wir den blitz mit anlegen und bei den talenten habe ich eh nichts und bei den fähigkeiten die hier einen mächtigen angriff schild hieb ausweichsschlag das passt mal lassen wir es mal so zurück zurück und wir schauen uns das mal an gleich am anfang ist ein pilz das müssen wir uns merken akku wird leer passt auch wieder gut aber die quest werden wir wohl noch hinkriegen ui den habe ich jetzt zufällig genau richtig erwischt und hier ist eine spinne hinten ich hasse diese spinnen ach diese grauslichen spinnen diese viecher so tschüss spinne tschüss skiefer um gottes willen hat mich jetzt geschreckt vielen dank dass sie mich gerettet hat ach wir müssen die weg die schaut aber sehr ungesund aus boah richtig geschreckt die nicht gesehen feenstaub oder was ist das hier ist eine kiste die kisten die habe ich gerne ja komm herr kiste dankeschön für diese schöne kiste ja pizze braucht man nicht gesund uah das ist wieder eine spinne komm herr du schöne spinne ach jetzt habe ich es nicht aufgezogen die waffe aber jetzt einmal noch waldspinne ups ach mensch jetzt mein timing ist auch nicht das beste ah wo kommst du so schnell her du gastiges wach weg hier einmal noch komm spring ja tschüss pilzchen essen hat uns doch ein bisschen leben gekostet mein unvermögen zu kämpfen aber läuft hier ist noch was zu essen naja wir sind wieder weiter hoch gekommen da geht es weiter ah da ist noch ein skelett halt nein 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 zurück das nehmen wir mit stahlbaden ok können wir sicher brauchen sicher auch für meinen helm den wir dann anfertigen lassen ja wieder so eine giftiger skiver jawohl tschüss oh die lebt noch aber jetzt nicht mehr da ist eine spinne ich habe sie schon gesehen ich hoffe ich schreck mich nicht wieder ich weiß wo sie ist wo sie jetzt hin ach da ist sie krassiges krassiges Viech komm komm tschüss ja da haut es dich gleich mal auf den Rücken so eine große Spinne nein nein ist nicht mehr Waffe aufziehen geht eh schnell Spinne ist tot nur eine tote Spinne ist eine gute Spinne oder wie Alex immer sagen würde Spinnenmucki gar nicht gerne ach du schreckst mich immer ich kann nicht kaum erwarten hier zu verschwinden hier dann bitte hau ab ich kann nicht die Dinger auch anzünden die ist natürlich nicht schlecht super wir haben es geschafft wir haben die beiden befreit wir kriegen eine Silbertruhe dafür das ist gut erkunden machen wir noch ein Stück hier weiter vielleicht finden wir ja noch was Gutes an wir haben eine neue Stufe erreicht wir sind auf die Stufe 11 gekommen und hinten ist noch eine Kiste ja gut dass wir weiter gemacht haben die holen wir uns auch noch sehr gut und jetzt da hätte ich gesagt gehen wir zurück Quest abschließen gut gegangen gut gegangen meine lieben Freunde das war's für heute nächstes Mal werden wir unseren neuen Hammer ausprobieren den wir jetzt gerade anfertigen lassen gemeinsam werden wir auch die Kisten öffnen und mal sehen wie es in Stufe 11 so aussieht was wir da uns ausrüsten können also schaut's wieder mit rein würde mich freuen bis dann tschüss und ciao ciao bis dann